Der Fahrer des LKW Der LKW verlor durch das Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach die Leitplanke und stürzte eine Büschung hinunter. Bei dem LKW handelte es sich um einen Gliederzug ohne Anhänger, der Tiefkühlkost wie Eis und Pizza geladen hatte. Der LKW-Fahrer konnte, nachdem die Feuerwehr das Fenster des Fahrerhauses geöffnet hatte, seinen LKW selbst verlassen und über die Rettungsleiter wieder nach oben klettern. Er erlitt einige Brellungen und Schnittwunden, die noch vor Ort behandelt wurden. Die Unfallfahrerin erlitt einen Schock und musste ebenso wie der LKW-Fahrer nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sperrung der Autobahn konnte auf eine Spur begrenzt werden, sodass der Verkehr noch an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Dennoch staute sich der Verkehr auf eine Länge von rund 10 Kilometern. Die Bergung des LKW wurde über das angrenzende Feld in Angriff genommen. Allerdings kam es hier zu erheblichen Problemen. Die durch den Sturz beschädigte Seitenwand riss auf und die Ladung fiel auf den Feldweg. Jetzt muss die gesamte Ware eingesammelt und abtransportiert werden. Über die Höhe des Sachschadens und wie lange die Bergung sich hinziehen wird, ist derzeit noch nichts bekannt. Erst vor einer Woche stürzte auf der gegenüberliegenden Seite ein PKW nach einem Reifenplatzer ebenfalls die Büschung hinunter. Nur mit sehr viel Glück und Ersthelfern hat der Fahrer den Unfall überlebt. Jetzt sollen die Leitplanken verstärkt werden.